so liebe leute willkommen zu einem neuen video hier auf anderen worlds 2. wir gucken uns heute wieder was von dem mega geilen kanal Ninurta an. also super geil ist jetzt mal spekuliert von mir, wir haben ja bisher erst ein video gesehen, aber die thumbnails und die titel der anderen videos und auch die aufrufzahlen lassen mich doch sehr voreingenommen an die sache gehen, dass es doch ein sehr guter kanal ist. wir haben uns das letzte mal den atomwinter in nurilsk angeguckt und jetzt bin ich mal gerade über seine videos geflogen, das ist natürlich alles geil, wahrscheinlich müssen wir uns am ende des tages irgendwann mal alles angucken, aber er hat doch tatsächlich auch ein video über die buran raumfahrtstation. ich weiß nicht ob ich darüber in einem video oder in einem stream mal erzählt hatte, aber es gibt, ich weiß gar nicht, also in buran, ich bin mir nicht sicher ob das noch russland oder kasachstan ist, mitten in der pampa. du musst, ich glaube du musst 20 kilometer oder so durch die pampa laufen von der letzten straße und dann ist da so eine ehemalige riesige raumfahrtstation von der von den sowjets, wo auch noch zwei space shuttle drin stehen und ich habe mal ein video gesehen von einem kanal, ich glaube es waren holländer, habe auch darauf eine reaction gemacht, die sind da hingegangen, das muss nachts durch die durch die steppe laufen, mega gefährlich, denn das ist übelst bewacht. da fahren tag und nacht milizen lang und da sind überwachungskameras und schieß mich tot und die sind da wohl sehr sehr hart und deswegen muss man da super vorsichtig sein, deswegen kann man da fast auch nur nachts sich über die steppe nähern. und da hatte ich damals eine reaction drauf gemacht und habe direkt einen copyright claim bekommen von irgendeiner komischen drittfirma, die das komplette video beansprucht hat und ja, dann habe ich das halt wieder offline genommen, weil ich will keine videos haben, wo irgendwelche drittfirmen die rechte dran haben und sowas. fand ich ein bisschen kurios und jetzt sehe ich halt, dass der ninurta oder die ninurta, wir wissen es ja nicht, ich gehe davon aus, dass es ein mann ist, auch bei dieser raumfahrt station war und wahrscheinlich sogar ein viel besseres video da gemacht hat und deswegen gucken wir uns jetzt dieses an in der hoffnung, dass es nicht wieder copyright geclaimt wird. okay, das video hat er nur in full hd aufgenommen. na gut, das video ist von 2017, deswegen ist es wahrscheinlich nur full hd. ansonsten hätte ich jetzt gesagt, dass wegen dem risiko und der gefahr er da jetzt keine große kamera mitnehmen konnte und eventuell das alles nur mit einer full hd kleinen in kamera aufgenommen hat, aber es liegt wohl eher daran, dass es 2017 aufgenommen wurde. das ist jetzt alles quasi noch so der unspektive wenn man im vergleich zu dem was noch kommt, das sind jetzt quasi die büros und die arbeitsräume und sowas. und da kommt man sogar noch rein in dieses space shuttle. so 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 da kann ich nicht rüber laufen. boah, nee. überlegt euch mal, wie viele millionen das gekostet haben muss oder lässt man das alles so stehen und liegen. es ist so eine, wirklich egal wo auf der welt, es findet so oft so eine willkür von der politik statt. ich gehe mal davon aus, dass die politik der entscheidende hebel dahinter ist, ob sowas weiter finanziert wird oder nicht. deswegen, wie gesagt, ist jetzt mein feindbild in dem fall hier die politik, die regierungen oder der staat oder wie man es auch immer sagen will. was für eine wirklich politische willkür. einfach so alles stehen und das kann, das kann doch weder wirtschaftlich noch technologisch sinnvoll sein, sowas einfach einzustellen und alles stehen und liegen zu lassen. und jetzt vergammelt es vor sich hin diese millionen. ich weiß es nicht. Wack 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 Boah, wie groß die Halle ist, ey. 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 Also was war der heftigste Lost Place, auf dem ihr wart und wo war das Risiko, am größten erwischt zu werden und die größte Strafe dafür zu bekommen. Also zum Beispiel sowas wie in Berlin, gibt es ja das Haus der Statistik, dieses Stasi-Haus. Ich glaube, das ist komplett mit Kameras und Bewegungsmeldern überwacht. Wenn du da reingehst, hast du, glaube ich, nur 10 Minuten Zeit los, da durchzurennen, bevor eine Polizei da ist. Also von so einem Kaliber rede ich. Wart ihr in so einem Lost Place schon mal, der so heftig überwacht ist? Ich muss mir überlegen, was war eigentlich meiner Was war mein Lost Place, wo die Chance am größten war, erwischt zu werden Und das Risiko am größten war Und die Strafe auch am größten gewesen wäre, wenn man erwischt worden wäre Ich kann es gar nicht so genau sagen Wir sind immer relativ auf der sicheren Seite geblieben Also wir waren ja beispielsweise mal bei diesem riesigen Kraftwerk 2017 Ich weiß gar nicht, ob es schon Sachsen ist oder Südbrandenburg Wo wir dann nur diesen Kumpel Hendrik, also diesen Kumpel von Alex Hendrik hieß er glaube ich Mit der GoPro in dieses riesige Kraftwerk reingeschickt haben Was man auch von der Autobahn aus sieht Und er musste da wohl zwischen zwei Patrouillen vom Wachschutz Irgendwie sich im Schatten hin und her schleichen, um da irgendwie Bilder zu machen Gut, da waren wir halt nicht mit drin Wir haben währenddessen an der Anner Elbe gesessen und geschillt Aber wenn wir mit reingegangen wären, wäre das wahrscheinlich der heftigste Videodreh gewesen Ansonsten waren wir danach auch noch in Sachsen In so einer Villa Wonka heißt die glaube ich Während wir auf das Gelände gegangen sind von hinten Sind vorne gerade Leute vom Besitzer runtergebracht worden Also das war anscheinend auch ziemlich kritisch Ja und ansonsten halt immer wenn wir quasi erwischt wurden Wir sind mal mit dem Auto einfach auf den Flugplatz raufgefahren Da sind dann auch innerhalb von 10 Minuten drei Security Wagen gekommen Und haben uns runtergebracht Gab es aber keine Strafe für Viel mehr gibt es glaube ich gar nicht Wir wurden einmal noch erwischt Das durfte aber nicht Film aus rechtlichen Gründen Dazu kommt wahrscheinlich auch irgendwann nochmal ein Video Das war auch eine heftige Sache Aber ja, ansonsten Also sowas in dem Kaliber natürlich noch nicht Ja gut, ich sag mal so, immer wenn wir auf diesen Truppenübungsplatz Auf diesen ehemaligen gelaufen sind Wo auch die Blindgänger noch rumlagen Wo uns auch der Fürster da angekackt hat Das ist schon so ein Ding Dass wenn man da angezeigt wird Kann es, also wenn man da verurteilt wird für Ist die Strafe mindestens 5000 Euro Also nicht wie normaler Hausfriedenshof 500 Euro Sondern so wenn es um Militär und so einen Scheiß geht Bist du direkt bei 5000 Euro Also das war eigentlich auch nochmal ziemlich kritisch Dieses Feld Wo wir auch bei unserem allerersten Video drauf waren Aber naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Was eure Erfahrungswerte da sind Oder ob ihr auch Videos kennt Wo jemand so etwas total krasses Kritisches, riskantes gemacht hat Könnt ihr mir auch gerne zukommen lassen Ansonsten würde ich sagen Vielen Dank fürs Zusehen Danke für den Support wie immer Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal